Wo die Spree die Stadtteile Friedrichshain und Kreuzberg verbindet, ist in den Jahren seit 2008 das pulsierende Kreativherz unserer deutschen Hauptstadt entstanden. Was dereinst als zarter Spross unter dem Namen Mediaspray zu wachsen begann, trägt mittlerweile reiche Früchte. Kühne Konstruktionen aus Stahl und Glas bezeugen das globale Potenzial eines aufstrebenden Bezirks, der früher ausschließlich durch Negativschlagzeilen aufgefallen ist. Große Mengen leerstehender Büroneubauten entlang des Spreeufers warten heute nur auf ihre zukünftigen Nutzer. Sie zum Beispiel. Für ihr Unternehmen sind alle Voraussetzungen geschaffen, den Standort Friedrichshain-Kreuzberg schnell und billig in Betrieb zu nehmen und gegebenenfalls auch kostensparend wieder zu verlassen. Doch auch als Privatperson können sie in Friedrichshain-Kreuzberg auf ihre Kosten kommen. Im gesamten Bezirk findet sich mehr und mehr exklusiver und hochpreisiger Wohnraum. Uferwege und Pocketparks entlang der Spree bieten maßgeschneiderte Lösungen für die Gestaltung ihrer Arbeits- und Shoppingpausen. Fühlen sie sich dabei sicher vor unerwünschten Situationen. Denn nicht nur das unmittelbare Mediaspray-Gelände, sondern auch die angrenzenden Stadtteile folgen mehr und mehr unseren Leitlinien von Sicherheit, Sauberkeit und Service. Selbstverständlich ist in Friedrichshain-Kreuzberg alles Fremd- und Andersartige immer noch willkommen, solange es der Inspiration der Kreativschaffenden zugute kommt. Friedrichshain-Kreuzberg, früher Multikultiviertel und soziales Experimentierfeld, heute zukunftsfähiger Standort für ihre Investitionspläne. Hey, machen Sie mal bitte die Kamera aus, wir können die nicht drehen. Hallo! Repeat! Hey! Hey! Oho! Boo! Oho! Hey! 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 Untertitelung des ZDF, 2020